Hallo, Freunde. Ich bin's mal wieder, euer Lolli. Ja, der Laufbär, der Lolli. Ähm, ja, ich wollte nur mal ganz kurz Werbung machen in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir heute, ja. Ach, und gestern ist mir auch noch was anderes aufgefallen. Ähm, und zwar, pass mal auf, mir fehlen noch genau 8 Fans. Dann habe ich 500, ganz genau 500 Fans. Schwertig, klasse. Ich habe mir überlegt, mein 500. Fan, der bekommt von mir gratis einen Kalender von mir. Ja, jawohl. So, aber der 500. und, jetzt pass auf, es muss ein Profil sein, was eigenständig ist und mit keinem anderen Profil zusammenhängt. Also kein Doppel- und Dreifachprofil, bitte. Klar? Ja? Das wäre super. Ich möchte eine reelle 500 haben. Das wäre super, klasse. Ach, toll. Ach so, und dann fällt mir noch was anderes ein. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hat einer von euch mal ProSieben geguckt? ProSieben-Werbung zu dieser, ähm, mehr... Moment, ich komme nochmal rein. Die ProSieben-Werbung für dieses, ähm, Millionärswahl. Demokratisch zum Millionär werden. Habt ihr da mal geguckt? Ist euch da was aufgefallen? Na? Na? Wer, wer es gesehen hat und wem es aufgefallen ist, der kann ja mal hier drunter schreiben, was aufgefallen ist. Ja, so, das war's. Ich warte auf die 500, dann mache ich Party. Und wie gesagt, gratis Kalender. Ist ja auch Ehrensache. So, jetzt sage ich Papa Bescheid, denn wir sind jetzt zum Essen eingeladen. Ich sag mal, Tschüssikowski. So, ne, tschüss. Aus, Schluss, tschüss. Ja, ich muss jetzt gehen.